Hey Leute und ganz herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkennen konntet, reagieren wir heute auf eure Musical-Listie unter dem Hashtag LeosReaction posten konntet. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Also du hast dir mega viel dazu ausgedacht. So richtig viel so. Also so richtig viele Bewegungen. Das fand ich richtig schön. Ich find die Haare schön. Das ist eine dumme Bemerkung. Ich find die auch schön. Oh mein Gott, die Augen. Ja, die sind einfach schön. Richtig hübsch. Ja, aber ich fand das Musik auch sehr cool. Ja. Bis. Ich find dein Lächeln richtig süß. Ja. Ich find die generell vor Knochen. Ja. Ähm, das auf jeden Fall noch. Es war ein bisschen schade, dass der Sprung am Ende weg war. Und was ich sagen möchte ist, also dass ihr einen Filter benutzt. Und ich find Musical-Listie, die keinen Filter haben, haben eine bessere Qualität. Ja, so meine Bemerkung jetzt. Ja. Was sagst du dazu? Ich fand's cool. Was ist das? Also ich mag das Lied so gerne. Ja, aber ich glaub, du hast den Text nicht komplett verstanden. Irgendwie kann das sein. Sleep. Oh. Schlafen, das mein ich. Sleep. Ja, das meinte ich jetzt also mit dem Text. Wenigstens nicht abgeschaut bei anderen. Frag mich, ob meine Kinder auch mal so eine Jugend wie ich haben, denn ich wollte fliegen wie Peter Pan, schießen wie Lucky Luke, stark sein wie Hulk und am Ende wird dann... Das war voll süß, meine Umarmung. Ja. Also, ich find deine Haare schön. Ja. Die sind so richtig schön gelöntet. Ich find die Ohrringe auch schön. Das ist voll blöd, wenn man so drauf achtet, auf solche Details. Aber ich find, du hast das Handy so ein bisschen zu schnell bewegt oder so. Ich glaub, das Mio-Klee würde richtig hübsch aussehen, wenn du dein Handy nicht ganz so schnell bewegen würdest. Sehe ich noch so. Das war's jetzt mit unserem Video. Wir würden uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, abonniert mich, abonniert sie. Und wir haben auf meinem Kanal auch noch mal so ein Video geschickt. Ja, stimmt, haben wir vergessen zu sagen. Also auf ihrem Kanal, oder... Ja, genau, auf ihrem Kanal ist der Teil 2, beziehungsweise Teil 1, wie man es jetzt sagen möchte. Und schaut dort auf jeden Fall auch vorbei, denn dort haben wir auch noch mal sieben Musicalis oder so uns angeschaut. Und werdet... Gerne noch weiterhin Musicalis unter den Hashtag LeosReaction oder Aileen'sReaction halt posten. Dann gucken wir uns die in irgendwann anders mal an. Wenn ich nicht mehr weiß. Bei dir bin. Ja. Und wir blenden euch jetzt hier... Nochmal unsere Musicalis nochmal. Okay, genau. Ja, und wir wünschen... Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und... Oder Abend. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!